Attacke Geht in Sage A oder B? Haben wir überhaupt schon mal gespielt? B, ne, B bestimmt Competitive? Ob ich Sage Competitive gespielt habe? Nein, diese Map Ja Doch Was? Kann mich nicht mehr erinnern Zu viel Glühwein Die Box ist weg Ja, die haben die Map doch ein bisschen geändert Die Box ist weg Meine Box Meine Box Da sind sie Okay Also da hinten ist Gift am, obwohl Es ist kein Team Damage Es ist kein Team Damage bei Viper Mitte war bisher keiner? Hä, doch, du nimmst doch selber darin Schaden Ja, ich schon, aber die anderen nicht Echt? Was haben die da? Da laufe ich gleich mal rein Ich geh wieder weg Nein Pusht ihn zu schnell Schöner Schuss leeren Mauer errichtet Spike platziert Ein Gegner übrig Letzter lebender Spieler Der ist hinten Ah 94 Ja, ich hab ihn so spät bemerkt Ich erlege Ich erlege ihre Viper Aus Mitgefühl Ja Ja Das ist jetzt gut Ich hab mich nur einmal in den Fuß getroffen Was machen wir jetzt Kevin? Wenn wir sie sehen Wenn wir sie sehen, mach ich sofort eine Warnung Und dann stellen wir uns an dem anderen Eingang, der noch offen ist mit einer Shorty hin Schaltet ihre Heilerin aus Jetzt willst du sie nur noch spotten Soll ich mal gucken? Ist hier nix Die kommen In den Tunnel in der Mitte Ist einer Oh, da sind mehrere Da Da Schnapp sie dir Wenn ich dich erreicht hab ich halt nicht Shit, die ist auf der Rampe Ich Komm spawnen Schau aber bitte Röppfotter die Dune Gegner am Boden Lade nach Oh Oh Wir kommen erst noch Spike platziert Da Letzter lebender Spieler Da Letzter lebender Spieler Da Letzter Warnspot Die hat geplantet Die hat geplantet Toxine treten aus Ja War die oben? Nein, genau Der hat ja die Mauer genommen um hoch zu gehen Der hat ja die Mauer genommen um hoch zu gehen Seht ihr sie laufen Dann schlagen wir zu Schmarrt Pass auf können wir jetzt kommen Siby Ich hab schon die Shorty gekauft Nein Nein Mach mal das denn so Erzittert Lauft Hast du das auch hochgeschmissen? Ja Ah du schlaues Kerlchen, du da brauch ich nicht noch meine Watt machen, oder? Bleib wohl Komm, ziel eine Keiner dort? Ok, dann rotieren wir mal Ich bleib nochmal hier, ok? Gegner gesichtet Ich gehe auf A Ah Ich rück hier nicht Ich heile dich Ok, jetzt kann ich selbst hauen Verhören die sich Ah So eine Scheiße Ein Gegner übrig. Letzte bei mir. Barriere erschaffen. Noch 30 Sekunden. Toxin-Schirrchen. Oh Kreis. Wir waren nur noch das zweite. Upsi. Ich glaube schon, was macht die Kevin da hinten? Ja, meine Wand war ein bisschen scheiße. Ne, ne, ne. Ich dachte, du wärst die Viper. Aber du bist doch Viper. Kriege ich ein bisschen Beute? Ja, ich dachte, du wärst... Also ich hab ja... Ja, du dachtest, ich wär du, ne? Ne, ich dachte, da wär jemand. Da war ja auch jemand, ne Viper. Ja, einer von uns. Falls wieder nicht B ist, will ich die Kugel gerne holen, damit ich hier resten kann. Doch, da ist jemand. Gegner gesichtet. Gegner... Boah! Die kommen nicht mehr. Direkt vorne. Mit dir kann ein Tunnel sein. Ein Gegner übrig. Letzte hier. Ja, die kommen nicht mehr. Wir können eigentlich zu 5 auf 1 decken. Warte mal, zu 5? Ja, die denken jetzt B. Pfff, warum überhaupt was suchen? Ich kann resten, also stört bitte in convenience spots. Mir fällt der deutsche Begriff nicht ein. Los, Leute. Schreibt es mal in die Kommentare. Mach ich. Ich schläft der Wampel. Bitte. Komm, mit dir ist dein eigenes Video. Boah! Okay. Die Jax beginnt! Ja, bin tot. Das ist convenient genug. Ha! Die ist da auf einmal rumgeflogen. Ist die oben schon? Oh, die ist durch. Achtung. Die rotz dich. Die plant noch. Ah. Spike platziert. Du bist noch nicht fertig. Nein, sorry. Ah, sie hat dich nicht geholt. 140 habe ich abgezogen. Sie hat sich nicht geheilt, glaube ich. Letzter lebender Spieler. Ach, der Ulti. Dann heilt sie sich automatisch. Das ist mich traurig. Sollen Sie versuchen, mich zu überwenden? Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ich möchte mit dem nicht mehr alleine machen. Ja, stimmt. Wir pimmeln da zu zweit. Äh, willst du da? Ich geh's. Äh, ich habe den super Spot. Du musst. Dann komme ich zu dir. Okay. Ich glaube, man muss auch mit zu zweit machen. Ja, ich weiß auch nicht, warum die ganze Zeit dort standen. Klappe zu. Affe tot. Ja, kann er hier. Gegner gesichtet. Gegner gesichtet. Gegner gesichtet. Das war's mit Loben. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Ich werde mich überwenden. Spike platziert. Ein Gegner übrig. Nein. Nein. Das tut ja nicht weh. Das tut weh. Echt? Das bezahlst du mir. Euer Ernst? Achso, nee. Du musst. Du musst. Ich dachte, wir haben verloren. Pfeil und Bogen sind schon sehr altmodisch. Aber manchmal ist altmodisch. Aber Skills haben doch schon immer wehgetan. Jawohl. Irgendwann haben sie das bei der Viper geändert. Also nicht nur das Gift, sondern auch die Säure. Ich dachte nur Gift. Bestimmt, 14 Schaden steht da. Denkst du, ich lüge dich an? Also, das finde ich jetzt echt enttäuschend von dir. Ich bin die reinste Seele, die du je in deinem Leben kennengelernt hast. Ich sehe wieder nichts. Steps up. Ich komme diesmal aber nicht von. Komm mal rüber. Das ist deren. Wir sind geschützt. Zieht durch. Wir haben sie schon so eine schöne Smoke oder Megasmoke und dann planten sie eine Ecke, wo keiner mehr gucken kann. Ich kaufe. Ich kaufe nicht. Ich hatte mehr. Ich bin reicher. Ich habe schon das iPhone 25. Sind die auch inzwischen im 20er Bereich? Ich weiß es tatsächlich nicht. Nein. Nicht? 12. Nee, ich gucke. Echt? Also, die haben nicht den Sprung gemacht. Nee, nee. Die zählen noch irgendwie. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Bitte ist was? Scheiße, die sind durch. Ich habe nicht abgewollt. Die sind, die sind, äh, in den Grunnen. What? So viel macht das? Lade nach. Scheiße. Scheiße, auf der in der Mitte. Ich habe mich zu dir lernt. Du ladest nicht mehr. Spike in der Mitte. Ich habe den Ding gekriegt. Kannst du mal eine Marfa? Äh, die andere stand auch auf einer Mauer. Einer ist B-Long. Ja, kann ich. Tatsächlich. Beide B-Long. Ein Gegner über. Der B-Bomb ist immer noch hier. Ach ja, oh fuck. Von mir. Hinter den Containern ist der. Bei B? Ja. Ja. Gegner gesichtet. Da. Geht jetzt zurück zu Long. Oh, er heilt sich. Ne, er ist immer noch in den Containern. Hab sie gefunden. Noch 30 Sekunden. Spiel auf, ist er. Was? Nice. Spiel auf, nice. Wir sind stark, weil wir zusammenhalten. Vergesst das nicht. Starts im Boomer. Tatsächlich war die Mauer perfekt. Ich konnte genau ein Pixel vom Kopf immer sehen. Hab aber nur nicht getroffen. Ich fand das wieder, wenn sie. Bin ich zu sehen. Weil duellieren will ich mich ja ungern. Ja, aber ein bisschen Hilfe in der Mitte wäre gut, ne? Ich roll die dann einfach ab. Da können sie auch nicht durch. Ja gut, dann stehe ich auch ein bisschen defensiver. Einfach. Ganz viel Steps, aber. Da sind sie. Die pushen. Ist das dein... Ne. Können zurückgehen. Spike war da. Nehme ihnen die Sicht. Gegner gesichtet. Du bist noch nicht fertig. Ja, die schießen hier noch ein. Covering Fire. Das habe ich verpasst. Ach, oben. Drin. Scheiße. Über dir, Kevin. Auch noch. 120 habe ich gesehen. Gemeinsam werden wir sie unter ihren Vergehen begraben. Bin ich. Achso. Kurze gedächtige Schwung. Komm ein bisschen später. Ich gehe durch diesen Gang hier bei mir. Wieder eine Horde auf A. Klappe zu, Affe tot. Ja, nichts mit da. Geh es mal auf A stellen, dann kann er seine Rüte machen. Ja, wo können wir den Spike hier? Nein! Oh, die gibt mir jedes Mal den Shot. Die ist links schon. Okay. Die müssten hinten sein. Ladung raus. Lade nach. Hm. Ohohoho, sorry. Wiper ist geschwächt mit der Operator. Wir haben noch die, wir haben die Bombe. Ja, dann willst du sie saven lassen mit der Operator. Ich würde sie nur nicht jetzt schon pushen, sagen wir mal so. Okay. Aber wenn du magst, versuch es. Ich bin halt ein Coward. Noch 30 Sekunden. Noch 10 Sekunden. Ich muss irgendwo auf B sein. Ja, schön. Nice. Scheiße, haben sie meine Dings gesehen. Ich habe sie nicht getroffen mit der Rakete. Oh, Christus, viel Geld. Kann mir das jemand kaufen? Danke sehr. Ich teile gerne. Jetzt hast du immer noch fast so viel wie ich. Jo. Ich komme wieder ein bisschen später mit, doch. Ich gehe wieder durch den Gang. Dann bleibe ich auch wieder defensiv. Aus dem Weg! Wieder A. Oh, auf der Mitte ist irgendwas. Der Jet fliegt in der Mitte, Leute. Gegner gesichtet. Ich helfe mir eben bei A. Oh Mann. Ja, natürlich. Wo ist die? One spot. Ich habe den Kopf verfehlt. Eine oben, eine hinter der Wand. Mach's gut. Ich habe sie oben zu spät gesehen, erst als sie mich geschossen hat. Letzte Runde vor dem Wechsel. Wir können danach nichts mehr mitnehmen. Hab Geld über. Brauche Beute. Danke sehr. So, wir müssen unbedingt Sage umbringen. Die kann den Rest. 6, 5 auf Defense. Ich sehe nichts mehr, doch. Die rennen wieder, auf A. Was ist das? Mach nur noch, mach nur noch A. Das klappt halt. Die haben ja gesehen, dass wir auf dem Wechsel. Das ist der Kanter da oben. Warte, warte, warte. Ach ja, du bist ja nicht unter anderem Schaden. Wollen wir da? Nice. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Warum sieht die mich? Nein! Der Spike ist hier. Ist abgehauen. Der Spike ist zurück. Letzter lebender Spieler. Noch 30 Sekunden. Spike platziert. Scheiße, 120. So ein Bullshit, ey. Ich stand außerhalb und der schießt mich einfach von innerhalb ab. Ich wurde auch schon durch eine Wand gebankt. Gehen wir hier in der Wand machen und können wir hier so durchlaufen. Stimmt, sowas hätten die doch aufmachen können. Direkt hier. Genau so hier. Ich meine, es hat funktioniert immer A, ne? 6-6. Ja, okay. Ich bin bei dem Map immer noch nicht sicher. Ich hätte aber gesagt, das ist ein City. Das ist nicht jede Map in der City in diesem Spiel. Haven finde ich ist ein Angriffsmap. Wir bringen ihn drei Punkten. Ja. Hm, stimmt schon. Aber keine Ahnung. Ich bin nur ein Gold. Ich bin nur ein Gold. Und Glob. Gegner gesichert. Stellt angesprochen. Eliminiert. Unser Spike dringt ein Tor. What? Ich hab den Spike. Lade nach. Ich hab ihn. Den Spike mach ich. Ganz gläubig hier hin. Ich blick offen. Gegner gesichert. Zweit platziert. Für dich. Barriere erfasst. Okay, da wollte ich ja nicht drauf. Shockfire. Gegner gesichtet, ein Gegner überlegt, Gegner gesichtet, gut, nice, schön nochmal Und einfach so auf B Kevin möchte ein bisschen in der Mitte snipen Was? Ich kann auch B snipen Ich guck Mitte Oh, ich hab keine Skills gekauft Decke Gebiet auf Schmier Auf Ist ne Schad Jo Hast du Schaden genommen? Braust du Hilfe? Ne, brauchst du nicht Ich leg für Was? Ich hab leider keine Wand und kann deswegen Scheiße Da kann nichts abwornen Lade nach Der hat die Füße deiner, der hat die Füße deiner Lade nach Was meinst du Drohne? Lust auf einen Ausflug? Ja Ja Da Hm, da weiß ich jetzt nicht, wie ich schmeißen soll Ich lass das erstmal Bereit Ich bin beeindruckt Ich bin beeindruckt Da Gegner gerichtet Ich heile dich Möchte sowas Decke Gebiet auf Lade nach Oh, warte mal, das nehm ich Scheiße, oh, warte mal, das nehm ich Oh, warte mal, das nehm ich Wow, scheiße Die sollten gehen, oder? Ja Kann aber nicht Warte, ich glaub, kann ich das auch machen? So ein Scheiß Ne, geht nicht Wait Letzter lebender Spieler Letzter lebender Spieler Ah Ja Scheiße Hätten wir halt, wenn da ne Wand hinmachen sollen Versteh ich aber, das Tor versteh ich gar nicht Ich würde sie treppeln und trappeln Was aufmachen könnte, oder so, aber Da merkt man, dass das vorher anders war Und dann haben sie sich gedacht, wir machen da einfach mal Scheiße Ja Können wir nochmal in die Mitte und dann auf B Oh Ja Ja Er zittert Lauf Das ist cool, ich fang hier so Schuss auf Gegner gesichtet Oh Scheiße Decke Gebiet auf Oh, mit zwei Mitte Gegner decken Stelle die Sicht Lade nach Was hat mich denn da gesloten? Die Jagd beginnt Die Jagd beginnt Über dir Jetzt unter dir Letzter lebender Spieler Hallo Drei Sicht Nehme ihnen die Sicht Ich habe den Fall Ein Gegner übrig Schade Ich wollte gerade sagen, die war ja auch irgendwo auf B Meine Priorität ist, sie leiden zu lassen Eko Mhm Mh Mh Ich kann ein paar Pistols dropen Nein Ja dann halt nicht Ich spare noch Ja Auf jetzt Nein Oh shit Ey die haben Die haben deinen Trick geklaut Die haben deinen Trick geklaut One way Ja Decke Gebiet auf Nice Nice Lade nach Schockpfeil Letzter lebender Spieler Vielleicht Vielleicht denken sie nicht an die Operator mitzunehmen Ok Ich hab's gar Augen auf Warum denn's? Ich wollte die einführen Deswegen Und weil das eine Ego war Komm weg Komm mit dir ins Wasser werf Nein Zurück Boah wie steht man denn hier mit dem Operator Zusammen Oben Weg Weg kann ich nicht helfen Man Ja mit oben rechnen sie wahrscheinlich schon Klappe zu Affe tot Schnell weg Spruch willkommen Mit Ult Lade nach Also ja Hier bestimmt schon Oh Ich hab das nicht gesehen Guckt jemand nach hinten Ja Oder wollen wir nochmal schnell auf B Noch eine Minute Zeit Nichts Schockpfeil 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 Das sind auch echt Ok Und auch echt Ok Noch 30 Sekunden. Wer ist low? Oh Quatsch. Echt beschissen dort der Hander. Ja, vielleicht ist er recht entschuldig. Farbe? Check. Bomben? Check. Bremsen? Können wir kaufen? Fehlanzeige. So hype. Vielleicht sollten wir B versuchen und du machst mit deiner Wand die Arme weg, damit er uns da nicht im Gang schneiden kann. Ich kann doch einfach eine Wand vorhin machen. Vorwärts. Aber da muss ich erst mal zu ihm kommen. Aus dem Weg. Der steht da bestimmt wieder. Ich hätte gesagt wir machen einfach nur Dings. Eine Giftwand. Achso. Ja meine ich ja. Ja. Deswegen wollte ich ja nicht auch nur so. Gegner gesichtet. Ist offen. Ja das stimmt. Willkommen in meiner Welt. Jetzt geht die Partie ab. Ja das ist doof. Jetzt geht die Partie ab. Wow. Ladung raus. Warum ist das? Hä? Achso da ist er. Ich bin der Jäger. Ach das gibt's doch nicht. Er macht einfach den Headshirt. Oh die ist weg. Auf. Auf. Loool. Wallbang auf offenem Feld. Ich könnte zurückziehen. Das ist gut für... Die können resten. Oh shit. Da. Ein Gegner übrig. Ja die ist vorne beim Spot. Das wird was Chris. Siehste da ist sie rausgelockt. Du hast sie rausgelockt nämlich. Okay. Lade nach. Ist da jemand Operator? Das war ja. Hm. Kriege ich ein bisschen Beute? Habe ich am meisten? Danke. Ich weiß echt nicht in der Zeck. Mit einer Operator. Wo man da stehen kann. Oh genau. Kannst du ja mit den Peek versuchen. Ja so nicht oder? Ja aber mit den Peeken die auch gut. Eigentlich. Der andere gibt dir Deckung. Wir schleichen los. Gegner entdeckt. Also 88. Ich geh zurück. Wir haben da. Mauer errichtet. Hab den Spike fallen gelassen. Du bist noch nicht fertig. Mauer nach zurück. Zurück wo ich hingehe. Ich habe den Spike. Äh. Hinten. Auf dem Dach. Oder vielleicht schon unten. Einer liefst ja gerade an. Spike fallen gelassen. Ich habe den Spike. Ja der noch der Aion war. Beim Fenster. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber. Ich spare mir die Blüber noch mal rum. Ich habe den Spike. B. 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 Zwei im Spawn, beim Schneemann. Einer im Spawn. Von hinten. Die ist tot, wie redet die? Oder kann man's, Wallbang? Ich weiß nicht, ich hatte sie ja vorher schon getroffen. Ich hätte mir nicht gesagt, das ist zu dick. Ne, wir haben gewonnen, aber kein Geld. Potenziell habe ich die Jett aber gewonnen, obwohl ne. Keine Ahnung. Einmal Guardian spenden. Almosen für die Armen. Wir schnüren ihnen die Luft ab. Also wir müssen aufpassen, die Jett pusht gerne bei A. Nein! Oh, was kann man denn... Oh, guck mal, man kann mal hoch. So... Hier. Lade nach. Dings ist aufs Wort. Oh, leide. Die Jett beginnt mehr. Die Jett beginnt mehr. Die Jett beginnt. Spawn-Spawn-Seite. Sage ist unbekannt. Ich sag Daff und würde mit Ult verteidigen. Ich markier euch den. Holst du den Guess? Beide in der Smoke. Bei der Bombe. Ha, da wurde ich gezogen. Nice. Ich brauch mal frische Luft hier. Ich weiß, was getan werden muss. Wenn du halt so heftig anfahren lässt im Zun-Raum. Kam einfach raus und auch... Ja, war ziemlich lange. Brauche Beute. Du musst so rundenlang vorbereiten. Der Chris hat genug für dich. Oder der Gis. Gis hat mir auch. Danke. Da. Für dich, kleine Schwester. Oh. Oh. Eine Wand für uns. Das ist ja wirklich eine Wand für uns. Decke Gebiet auf. Lass mich hoch. Ja, ne. Einer ist hier oben. Völlig Kreuzfeuer. Nice. Hm. Ja, die werden schon kommen. Sicher. Mhm. Wir müssen aber kommen. Hier. Gegner gesichtet. Letztes Mal lebender Spieler. Oh Gott, dieser Schritt. Noch 30 Sekunden. Oh Gott. Fuck. Nicht gecheckt. Schon überall. Sie müssen kommen, ne? Meine Kraft versucht nicht. Wer Hilfe braucht, dem wird geholfen. Vorletzte Runde. So gucken, dass wir 3-9 haben. Ich schaff. Scheiße. Wir können nicht alle, wir können nicht alle full-buinen. Just saying. Hm. Ich kann zwei Wand vorbein. Ich auch. Ja, saft einfach ein bisschen und hebt ne was auf, das. Ja. Ist das unsere Wand oder deren? Nö. Die ist rot. Rot ist tot. Ach. Okay. Ich hab sie angeschossen. Oh Gott. Die hat nen Headshot. Da. Jet ist angesprochen. Willkommen B. Gegner gesichtet. Ich hab keine Heilung für die Fländer. Okay. Aber ich könnte nen Rest kriegen. Warte noch. Oh ne, reicht, reicht, reicht. Ich brauche nur einen Kill, dann kann ich wissen. Ladung raus. Klappe zu. Affe tot. Scheiße. Gis kannst du auch mal zu mir gucken. Ich glaub die kommen von der anderen Seite. Ah scheiße, ja. Zwei Fawns. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Wir werden sie defusen. Ich hab kein Ulti, Chris. Nein. Oh, Jesus. Ich darf es anschießen. Ich glaube, ich habe es bezogen. Passt geschafft, glaube ich. Matchpunkt. Noch ein Kampfleute. Es passt perfekt bei mir. Ich kann resten. Ich bleibe so ein bisschen weiter hinten. Braucht jemand irgendwas? Nö, ich hab perfekt kaufen können. Okay. Ansonsten. Falls da noch jemand Ketchup möchte, kann ich die Waffe auch sponsern. Ich hab alle Skills. Okay. 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 Pass auf, du kannst noch wiederbeleben. Ja, ja. Ich hab ja gesagt, ich bleib hinten. Aus dem Weg! Unbedingt, bitte. Wow! Jet ist oben rumgeflohen. Ja, ich hab's gerade. Ich hab's gehört. Das war so schnell. Ich hab's gemacht. Schicke Drohne los! Komm unbedingt auf den Spot in die Ecken. Ich krieg deine Granate umgeleiten. Ich hab nichts gefunden. Der ist jetzt weiter hinten dran. Möglich. Stehle die Sicht! Decke Gebiet auf! Da sind ich! Bin der Jäger! Gegnergesicht! Statt sie dir! Ah! Ich geh wann das hin! Nein! Ich verziehe! Was ist da oben? Was ist da oben? Ein Gegner übrig! Hinten, hinten, hinten uns. Du bist noch nicht fertig! Jemand stellt sich uns mehr entgegen! Angreifer gewinnen! War das einer von uns, wer die ganze Zeit auf Aufgeben gedrückt hat, oder war das wirklich die Rayna? Hm? Weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Wer die ganze Zeit auf Aufgeben gedrückt hat. Ach so, die Rayna. Jaja, war es anscheinend. Jetzt kann er von uns wahr. Schön Runde. Knapp, aber schön. Token D-Rank.